Einst eine Baustelle und heute ein Beleg dafür, dass Naturstein Ambiente fürs Leben bedeutet. Diese Referenzen sind ein weiterer Schatz unseres Unternehmens, da jedes Projekt für sich uns mit neuen Erfahrungen versorgt, die wir dann fortwährend erneut einbringen. Robust und pflegeleicht, egal ob dunkel oder hell, akribische Kleinarbeit ermöglicht Herrlichkeit bis ins Detail. Und dieses Beispiel zeigt, dass wir ihren Stein in jede Form bringen können. Das Zentrum des modernen Wohnens und der Stein schafft auch hier ein exklusives Interieur. Passt genau mit den modernen Einbaukomponenten, verwandelt Naturstein nicht nur optisch, jede Küche zum Einzelstück. Eine Arbeitsplatte aus Naturstein kann selbstverständlich auch in einer bereits vorhandenen Küche montiert werden und gibt so dem guten Stück eine ganz neue Ausstrahlung. Uraltes Material, fantastisch seine Optik, sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Ein Naturstein vollendet immer das Besondere und seine Kostbarkeit liegt auch in der Menge der schier unbegrenzten Möglichkeiten. Einen Eindruck darüber, wie aufwendig der Weg ist, bis aus einem Stück Fels ein ES-Bauteil wird, haben Sie nun bekommen. Wirklich ist unser Beruf jedoch so vielseitig wie die Natur des Materials. Und das zeigen wir Ihnen gern in unserem Hause. Mama Otto GmbH, Daimlerstraße 13-15 in Grevenburg. Machen Machen Vielen Dank.